bin ich eng kaufen ja ich dachte gar nix böses ja ich dachte heut ist ein schöner tag ich hab mit einem gesprochen ja und hab ich ihm was erzählt sogar auf einmal kam ein alter mann daher schrie um er drum und sagte er er will mich erschießen ja dann und 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 dann und dann der kleine alter mann der droht mich zu erschießen dann er sagte ich hab seinen freund ja ja dann hab ich ja verklagt sogar ja denn was ich verklagt hab ja der ist ja ein räuber ja die hat man 56 millionen ja gestohlen wirklich wirklich ja und der alte mann schieh doch immer wieder vor doch dann er will mich ermorden wie und wann dann ich dachte schau das an der alte mann ist ganz verrückt geworden dann ich hab ihm links liegen lassen ja und hab mit einem freund weiter diskutiert auch ja und der alte ist immer wieder und hat umgesprungen ja und sagt er will mich erschießen ja hast du sowas schon gehört ein alter mann ruft herum und ja er will mich ja erschießen ja wenn sein freund der räuber hat man ja hat 56 millionen gestohlen ja und der alte mann hat sicher was bekommen gar ja der alte alte mann hat sicher was bekommen dann sonst wäre er nicht so böse ja ich hab schon meinen freund gesagt das ist ein räuberband mitglied ja so wie er sich benimmt doch ja muss ein räuber mitglied sein sogar ein so wie der sich benommen hat ja und jedes mal geschrien er will mich tot schießen ja hast du sowas gehört doch ja in einem geschäft in tonach war ja ist das wirklich passiert ja ja aber ich kann das sagen es war nicht sehr nicht sehr schlau für ihn doch ja er drohte mich zu erschießen ja so ein alter mann doch ja das ist ein mann der der räuberhauptmann ja der ist ja sein freund doch ja und der hat sich ein paar millionen gegeben ja der hat sich ein paar und 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 der hat sich ein paar